...des Banuk-Landes, unter dem Amboss des Mondes. Und ganz offensichtlich kennst du ja den wilden Osten. Äh, den Osten. Wenn es stimmt, dass sie ihr Lager unbefangen mit Maschinen teilen, na? Das fällt doch auf, oder? Zahlung bei Rückkehr. So, wir haben jetzt alle Quests angenommen. Endlich, ähm, da hätten wir ein Panorama. Holen wir uns das gleich? Oder machen wir das, so wie beim Tom Brayder, dass wir es am Schluss machen, Alter? Na, haben wir ja nicht gesagt. Das hätten wir ja von Anfang an sagen müssen, oder? Ich weiß nicht, wie wir es am besten machen. Haben wir sowas schon bald gemacht? Ja, so, wenn wir es gesehen haben, nebenbei. Was ist Panorama? Was, du durch den Fokus schaust und dann siehst du die Welt früher war. Haben wir sowas schon mal gehabt? Ja. Ja, aber wir haben um Sachen gesucht, aber jetzt nicht speziell. So. Na, ich werde es gleich machen. Ja. Ah, ich weiß schon. Ach, ruht, händl. Ach, ruht, ruht. So, da müssen wir rauf. Das ist halt immer so die Sache, wenn wir da. Oh ja, das weiß ich noch. Ja. Da haben wir Ewigkeiten, glaube ich, gesucht. Ja, am Anfang, jetzt wissen wir schon, wie es ist. Was war denn das? Ein Rothändl. Das war auch ein Rothändl. Ja. A blub, blub, blub. Mach das. Die. Weißt du das nicht? Die Apotheke. Das ist die Pute. Ne. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Truthahn-Händl, oder Truth-Händl, wie auch immer, ist das einzige Tier, was man nicht wirklich gescheit nachmachen kann. Jawohl. Ich habe gerade mein Zelt hier aufgebaut, als Wyatt anrief. Ich kam so schnell, ich konnte. Aber du hast schon im Koma gelegen. Wir konnten uns nie verabschieden. Das war's. Na gut. Und jetzt ist es aber weg. Jetzt ist es weg, ne? Passt. Das war's. Jetzt müssen wir dorthin. Okay. Es gibt aber leider keine Schnellreise mehr. Weil wir es noch nicht entdeckt haben. Oh je. Ich wollte schon sagen, vielleicht entdecken wir ja wieder eine Quest. Und gut, ist schon eine. Wenigstens müssen wir zuschauen beim Laufen, nicht selber Laufen. Das wäre doch. Das wäre es gar nicht. Viel lieber. Na, schau mich an. Lass mich in Ruhe, Fremde. Ich brauche keine Söldner. Ich brauche ein Wunder, das mir sagt, wer meine Männer ermordet hat. Ich kann gut Spuren lesen. Vielleicht kann ich helfen. Was ist passiert? Das war Massenmord. Fünf Nachtwächter geschreddert, wie Weißkuhl, hier im Steinbruch. Fünf Männer ermordet? Wie? Weiß nicht. Einer war ein Kumpel von vor der Befreiung. Wir haben hier als Sklaven des verrückten Königs gearbeitet. Mein Freund, möge er ewig im Licht schreiten, konnte kämpfen. Wer das getan hat, muss trickreich gewesen sein. Was ist mit Maschinen? Eher nicht. Hier ist alles gut gesichert und Opfer von Grauhabichten sehen anders aus. Kam dir hier irgendetwas seltsam oder ungewöhnlich vor? Oh, mal sehen. Oh ja, Leichenteile und das Blut. Oh, Verzeihung. Ich stehe unter Druck. Ich bin Mord nicht gewohnt. Nein, nichts Ungewöhnliches. Tja, außer, ähm, dass wir neulich ein bisschen gesprengt haben. Und Sarawath sagte, nein, das ist zu dämlich. Setzt ihr hier Sprengstoffe ein? Klar, wir müssen immer mal Felsgestein abtragen. Das machen wir etwa eine Woche pro Jahr. Aber das hat nichts mit den Toten zu tun. Sie wurden, äh, zerrissen und nicht gesprengt. Was genau hat Sarawath gesagt? Oh, gar nichts. Der brabbelte was von einem Steinhaufen. Sagte er, sei gestern noch nicht da gewesen. Ich sagte, dass dies ein Steinbruch ist. Wo Steine rücken nun mal dazugehört. Da kommt es schon mal vor, dass man Steine bewegt, Trottel. Ich seh mich mal im Steinbruch um. Wenn du meinst, dass das hilft. Und wir haben es entzündet. Sollte ich wie bei Crash Bandicoot so rutschen? Das können die sonst aber besser. Naha, du kannst wenigstens mit dem rechten Joystick schauen. Kommt nicht so groß. Ich hab heute das erste Mal Crash Bandicoot ausprobiert. Und ich hab dauernd den rechten Joystick verwendet. Weil ich glaub, da bin ich gerne herumschauen. Aus Gewohnheit. Bei jedem anderen Spiel geht das ja. Bei fast jedem. Oder bei jedem anderen Spiel geht das ja. Oder bei jedem anderen Spiel geht es ja nicht. Ah, das ist schön. Ich hätte nie gedacht, dass mich eine Nora retten würde. Vielen Dank. Ja, bitte schön. Hab ich nicht gern gemacht. War nur gerade zufällig am Weg. Was ist mit Trinken? Irgendwann nichts. Was ist das denn? Das war nicht mal eine Herausforderung. Oh, fuck, das ist gut. Na ja, komm. Was machen wir mit dem? Mal schauen, was da hinten ist. Schick. Steche. Reimatlos, Schlaghalter, Steche. Schick. Riffen muss ich noch. Das ist fantastisch für eine Attacke. Keine Ahnung. Ich bin eigentlich traurig, dass die Maschinen absolut keine Chance haben. Einzelne. In 1 gegen 1. 1 gegen 2. Ich kann sehen, wie ich entkommen bin. So. Sehr schön. Oh nein. Sieht wie ein Sägezahn aus. Nur schwerer bewaffnet. Na, toll. Ja, haben wir verbracht. Wer überlebt das Ziel jetzt? Aber... Boah, schau was wir noch an. Wir haben Laser-Kanone. Ja, schwerer bewaffnet. Kann man es ja gesehen. Jetzt probiert es einfach rein und fertig. Das ist auch unartig. Ich kann nicht umarotieren. Eine Schwäche habe ich. Das aber... Das bewegt sich auf jeden Fall. Langsam alles in den Spass, ich höre. Bitte, ich habe keinen Heiltrank mehr. Ich habe keinen Heiltrank mehr. Ich bin kein Heiltrank. Ach, ich habe keinen Heiltrank. Ich bin kein Heiltrank mehr. Ja, ich bin kein Heiltrank. die schiebe jetzt ist ja nimmer mehr lustig da ich steche Feuer haben, na gut ich habe die hübschen nicht Das war's für ein Gerät, das war's für ein Gerät, das war's für ein Gerät. Ja, das heißt, jetzt greife ich ihn nicht mehr an. Ich verstehe es nicht, warum ich ihn nicht einfach so abstechen habe können. Ist nicht so schlimm, da gehe ich halt vorbei. Oder versuch den einen zuerst zum Blockradern. Das Problem ist, ich habe überhaupt nichts mehr zum Heilen. Mist. Meine Stimme versagt da und... Ah, wirklich. Vorbeikommen, siehst. Kleine Zerpflanze. Du wirst mir sicher helfen. Nein. Keep it off, Meyerhofer. Absolut kein Platz dafür. Für was? Jetzt schon. Komisch. Das ist so ein Energieverlängerungsdrang wahrscheinlich. Hm. Das habt ihr also vor. Ihr wollt diese Dinger wiederbeleben. Ihre Kraft nützt uns. Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde. Ein Albtraum. Albträume, ja. Die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr. Ja. Erhebt euch. Allein erwische ich ihn nicht. Die Dinger vernichten uns alle. Sie vernichten nur unsere Feinde. Und erobern unser Land zurück. Mein Fokus. Er geht nicht mehr. Ich such dir alles. Vielleicht gibt es Eindringlinge. Verzeih meine Einmischung, Aloy. Es ging nicht anders. Oh. Wer ist da? Ein Interessierter. Ihre Fokusse sind deaktiviert. Doch ich weiß nicht wie lange. Der Rest liegt da. Wer ist da? Oh.